Serious XM Holding, das sieht unglaublich aus. Serious XM Holding ist ein Unternehmen aus dem Bereich Medien und Rechte. Chartanalysten haben diese Aktie auf dem Schirm genommen, weil der Wert in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen ist. Ausgehend von Kursen bei deutlich weniger als einem Euro ist die Aktie zwischenzeitlich auf mehr als 500% Kursgewinn geklettert und setze diesen Aufwärtstrend stetig und permanent fort. Das dürfte 2019 eine interessante Vorgabe werden. Neue Rekordkurse sind selbst dann stets möglich, wenn es erst einmal zu Rücksetzern kommen sollte. Dabei dienen dann etwa 4,80 Euro als Unterstützung und erster Prüfstein im Abwärtsmarsch. Erst weiter runter wäre von einem Abwärtstrend zu sprechen. Statistiker sehen auf die Signale im Renditedreieck, bei dem verschiedene Ein- und Ausstiegsjahre seit 2007 miteinander verglichen werden. In lediglich 5 von 56 Kombinationen ist die Aktie mit einer negativen Rendite verkauft worden. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt aus statistischer Sicht damit bei mehr als 90%. Ein statistisches Kaufsignal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017